Falls die cappen oder so, einfach in der Mitte bleiben, bis der erste Fight vorbei ist Ja, die cappen Oh, capp, capp, capp hier Cappen hier, capp Ich capp, ich capp schon Ist okay Gehen wir zu overcharge? Gehen wir zu overcharge, okay Äh, und Badrocks sind Trolls Ollo Nein, Fighters sind alles Petros Ja Das Sword, das sind alles Petros Nein, cappen oben, ich cancel, nein Wir haben auch einen Healer, ich stun den Healer mal Wieder Silence Wieder Silence, was killt denn jetzt? Eine rennt zu, ich kann nicht perche Healer Perch Auf Tarly Stun gleich ein Healer nochmal Healer kommt, ist done Healer ist done Die Mitte cappt, die Mitte wird gecappt Der Healer ist rot, ja Wird das cappen? Ich komme oben Kann wir das aufnehmen? Ich nehme das auf, ja Das ist ja witzig Ähm, should back cappen oder muss die das machen? Ich cappe, capp bitte Ich cap schieben Die machen doch keinen Schaden Dafür habe ich overcharged Das ist doch so, den Christi zu Wart mal ab, das andere Team spielt gegen Kagerra und äh Und Derrick das andere Da sind 5 oben Naja Oh man Bruder Machen wir es dann doch wirklich kurz Auf keinen Fall punkte abfluxen lassen Haben wir doch schon Ja, aber ich werde jetzt Ciao Dann ist schon die Belohnung einen runter Ja Die haben mich vom Fall gesetzt Lass runter, ne? Ja, ich halt frei Die haben keinen Schaden, aber Ja, die haben uns zu c Kann man nicht Stun da rein komplett Alle gestun Alter Warum haben wir keine Nighttime mit dabei? Ich save die Mitte Saves du die Mitte? Okay Jaja, mach du damage Ich cappe Hinter dir kommt einer Luxe Oh nein, ne Trumpfall Klassische Arches Oh nein, ich habe 3 Leute bei mir Raced vor Schlegern What the fuck Ich teile einen Healer Ich teile einen Healer Oh, Alter hat das gut gemacht Weee Jetzt auf den Healer nochmal zu uns Bisschen Schwede Stun kommt jetzt auf den Healer Haben auch hier's Gap, Heal bitte Beste Crystal Game ever Oh shit Hast du abgebrochen? Bestes Crystal Game ever Ja, jetzt geht rein, schau dann, dass sie gleich, die haben... Oh Gott, ich hab verkackt. Pass auf. Ja, pass auf, nicht reinbleiben. Wenn du einmal im Zelt bist, bist du tot. Das ist das Einzige, was sie können. Einer von ihnen hat keine Sets mehr. Ja, der Healer, den haben wir glaube ich schon dreimal gefühlt. Und jetzt zweimal. Wir haben sieben, sind drei. Der hat noch ein Zelt. Dass die aber auch so viele Sets mitbringt, finde ich grad beeindruckt. Ich dachte, ich würde einen Set mitnehmen und dann da bisschen... Nein, aber es ist wirklich einmal, ein paar Mal gekillt. Der hat mir einfach... Der hat dafür vier Sets teilweise. Ich würde dafür noch keinen Zeitpunkt holen. Der Sarge, das ist halt so... Arm-Spaß. Hier, der, der ist einer slow. Nein! Ich krieg doch... Dexkaya. Oh oh. Nimm dir sogar Resipods. Ja. Kripper. 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 Ohne Scheiß, Kripper. Du hast dir grad das ganze Game wiedergegeben. Ja, halt auch klar. Da reinsteunern noch. Ja, passiert. Oh no, Kripper. Oh no. Nein, ich bin in den Backup hier. Ich habe jetzt sogar vier Einser-Falls gespielt. Kannst du hier hoch einschauen. Einfach chillen, nicht in 10-OH-Gain. Kripper, gib dir einen Punkt. Oh 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 oh. Wie ist das jetzt? Gleich bekommen wir eine Kiste und da ist Loot drin. Ja. Abhängig davon, wie viele Punkte wir haben. Mach den Overcharged nicht raus. Wir können danach direkt hier in das Hellgate gehen in der Zone. Mit dem Overcharged. Das ist ja auch geil, dass sie alle die Fischermännchen schwingen, gell? Ja. Wie war das Luxi? Was denn? Weg vom Zelt gehen. Hä? Hä? Die haben hier einen reingeschleudert. Aber ich glaube, Schilder kann ich sogar... Kannst du dich hocken schildern? Das war halt entspannt. Ich brauche keiner nicht mehr weg. Ich bleib mir da jetzt hier die ganze Runde. Oh shit, okay. Wir wollen nicht mehr. Hilfe. Ganz vorsichtig. Ja, wieder weg, Jungs. Oh no. Ah, save me. Nee. Klaut den T-Sets. Lass den nichts wieder looten. Oh. Töte den. Nee, trau mich nicht ran. Der T-Sexe an. Der hat was gelootet. Nei. Nein, 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 nein! Mal zwei Grippo? Nee, hab ich zu hoch und meinst mich zu doof. Okay. Sie looten! Der eine hat die 6 Angaben gesucht. Ja, den hatte ich geloet, der hat nur 6 an der Chesskill. Nice! Geil! Gibt's her. Nein, ich bin fest! Easy! Ich muss mich hier erstmal catchen. Catch me if you can. Oh! Ah, die wollen nicht. Ah! Wind Balls! Pfff! Wind Ball everything! Oh nein! Nein! Ey, Krippo, ey, Krippo! Safet ihn! Ich lauf dich! Oh, Mann! Gilt sie! Nehmt 3 Sekunden, er hat sie rausgebaitet! Alter Schwede, wie weit die halt... Voll! Hahaha! Wenn ich... Oh! Nein! Nein! Komm! Fickstun! Fickstun! Oh, die Wind Balls! No! So, Lex, jetzt! Bleibt in der Ecke, dann könnt sie euch nicht reinkippen! Oh! 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 Da ist jetzt... Ja! Du bist echt viel weniger! Den Baseballer! Level 1 Tower halt! Ja! Und hier, da. Du bist pueda! Ja!